Matthäus über Thomas Müller, dann muss er den Verein wechseln. Vereinslegende Thomas Müller kam bislang nur auf wenige Einsätze für den FC Bayern. Der heimische Rekordspieler Lothar Matthäus scheint sogar zu glauben, dass der Weltmeister von 2014 über einen Abschied aus München nachdenken könnte. Vereinsekunde Thomas Müller kam in dieser Saison nur auf begrenzte Spielminuten für den FC Bayern München. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus scheint sogar daran zu glauben, dass der 34-Jährige sich vom deutschen Rekordmeister verabschieden kann. Wenn er das Selbstvertrauen hat, von Anfang an so zu spielen wie vor zwei Jahren, muss er den Verein wechseln. Das muss ich offen sagen. Schrieb Matthäus am Montag in seiner Sky-Kolumne und fügte hinzu, dass Müllers Situation wie ein schrittweiser Ausstieg aussehe. Beim FC Bayern wird Müller nicht mehr die Minuten bekommen, die er vor zwei Jahren bekommen hat. Müller, der Weltmeister von 2014, absolvierte seine Ausbildung in der Jugendorganisation des FCB und verbrachte seine gesamte Profikarriere bei den Münchnern. Mit den Bayern wurde er zwölfmal Meister, gewann sechsmal den der FB-Pokal und zweimal die Champions League. Der Offensiv-Auraunde gehörte über viele Jahre zum FCB-Team und wurde nur selten getroffen oder verletzt. Müller stand in dieser Saison unter Thomas Tuchel wettbewerbsübergreifend nur in fünf von 19 Spielen in der Startelf und erzielte wettbewerbsübergreifend nur zwei Tore. Zum Vergleich, in der vergangenen Saison stand er allein in der Bundesliga in 21 von 27 Spielen in der Startelf. Matthäus betonte, dass Tuchel über eine Reihe hochkarätiger, und junger, Ersatzspieler in seinem Angriffsaufgebot verfüge. Offensichtlich spielen Kahne, Zahn und auch Coman und Niabri, betonte der WM-Kapitän von 1990. Wenn Musiala zurückkommt, wird er diese Position einnehmen. FC Köln, 1 zu 0, ersetzte Müller-Erik-Maxim-Chopo-Muting, da der verletzte Jamal Musiala fehlte. Auch beim Auswärtsspiel am vergangenen Freitag beim 1. Tuchel nahm für das Spiel keine Änderungen vor, obwohl er zuvor darauf hingewiesen hatte, dass das Spiel am Freitagabend nach der Länderspielpause ein unglücklicher Zeitpunkt war. Da Müller und mehrere andere Bayern-Spieler ebenfalls ausgewechselt wurden. Sie waren bei der Nationalmannschaft. Ein Spieler war anwesend. Matthäus steht wegen Müllers Situation vor einem Dilemma. Aus Sicht von Trainer Matthäus stellt der Umgang mit Müllers Situation ein Dilemma dar. Wir wissen nicht, wie Thomas im Training abschneiden wird, aber wenn er spielt, wird er zumindest in Form sein. Ich habe nicht nachgelassen und zeigt eine gute Leistung. Es ist schwierig, mit dieser Situation umzugehen, es ist schwierig, mit dieser Situation zufrieden zu sein, erklärte der TV-Experte. Für seine Leistungen erhält Müller zwar Prämien, aber das reicht nicht aus, um beim Manager das Vertrauen zu gewinnen, dass er der Mannschaft von Beginn an oft oder überhaupt helfen wird. Müllers Vertrag beim FC Bayern läuft am Ende dieser Saison aus. Allerdings betonte der Routinier kürzlich gegenüber der Sportbild, dass er seine Karriere wie erwartet über den Sommer hinaus fortsetzen möchte. Was Müllers Zukunft beim FC Bayern betrifft, stellt sich die Frage, was Thomas will. Ist er nur mit einem Teilzeitjob zufrieden oder spielt er gar nicht mehr? Dieses Thema wird in den kommenden Wochen mit. Der 62-jährige ehemalige Bayern-Kapitän hofft sehr, dass der Verein Müller die Möglichkeit bietet, am Ende seiner Karriere in einer anderen Funktion bei den Münchnern zu bleiben. Auf jeden Fall ist es endgültig, sagt Matthäus.